Anleitung zu Wie werde ich Mediamatiker oder Mediamatikerin EFZ? Folge strikt diesen Anweisungen. Der Arbeitstag fängt pünktlich um 7 Uhr an. Die Krawatte muss jederzeit sitzen. Achte darauf, dass die erstellten Kommunikationsmedien sachlich bleiben. Die teure Kameraausrüstung darf nur durch erfahrenes Personal benutzt werden. Die Ideen der Vorgesetzten sind strikt nach Anweisungen umzusetzen. Konzentriere dich auf eine Aufgabe. Fachliteratur eröffnet dir Zugang zu neuem Wissen. Pflege ausschließlich einen sachlichen Austausch und respektiere die Hierarchie. Nach der Lehre sind eine Vielzahl an Bewerbungen für eine Anstellung zu versenden. Folge diesen Anweisungen und genieße die Lehre bei der BEKB. Am Ja. Vielen Dank.